Dann hau ich dir volles Pfund aufs Maul. Beim letzten Mal bin ich ja relativ gefailed in Level 6 dann, bis Level 6 gekommen, aber eigentlich relativ schlecht gespielt. Dafür, dass ich so schlecht war, war das Level 6 eigentlich noch ziemlich gut. Achso, hier ist Klaas drin, okay. Das ist jetzt das zweite Mal, dass ich Kino der Toten spiele. Also ich bin hier nicht so noch nicht gut. Und ich spiele normalerweise immer in der anderen Arena, in Five, aber dazu werden ja auch noch Videos kommen. Also für jeden, der jetzt meint, oh, bin ich so schlecht, dann schaut euch einfach die Videos an, die ich nachher noch spielen werde bei Five. Ich bin zwar jetzt nicht der übelste Bro, aber dort bin ich besser wie hier im Kino der Toten. So, und jetzt machen wir mal diese Zombies hier noch platt. Ich bin mal wieder super schlecht. So, wenig Munition, ja, ja, halt's mal. So, jetzt machen wir diese Barriere wieder neu. Das muss man ja, außerdem gibt's Punkte, also muss man, das muss man eigentlich gar nicht. Man kann die Zombies ja einfach immer machen lassen, was sie wollen. Ah, zwei Headshots verteilt, na super. Hey, Spieler, ich brauch mehr Munition, sonst sind wir raus. Yo, ich weiß gar nicht, ob ihr den Typ jetzt gehört habt, ähm, den, den, also den Typ, den wir spielen, der hat jetzt grad gesagt, er will mehr Munition und die hat er hiermit jetzt auch bekommen. Sowohl eine nette Schrotflinte, als auch eben damit neue Munition und jetzt ein Wiederbelebungstrank. So, jetzt müssen wir mal gucken, hier unten, da sollte noch irgendwo eine Tür sein, genau, hier ist sie. Und da hinten gehen wir nachher nicht durch, fällt mir gerade auf, nein, dort sind wir durch den letzten, im letzten Part durchgegangen. Also im letzten Part, für die Leute, die das nicht gesehen haben, bin ich durch diese Tür gegangen, die muss man freikaufen. Für 750 hier unten rechts, oder nicht ganz unten rechts, aber rechts unten eben, da sieht man, wie viele Punkte man hat. Momentan sind es 530, man bekommt für, ähm, Reparieren dieser Barrierenpunkte und für, ja, das Abschießen von Zombies und was hier noch alles so rumläuft. Gut, ich hab komplett geladen, also tragen wir uns mal hier hoch. Da sind die, oh, 2 in 1, geiler Scheiß. So, reparieren wir das wieder, komm du ein bisschen näher, so, und damit war's das mit dem. Und wir töten den Nächsten und töten den Nächsten. Ja, und diesmal spiele ich noch ein bisschen besser wie letztes Mal. Letztes Mal bin ich eigentlich übelst schlecht gewesen, aber irgendwie hab ich's doch bis in Level 6 geschafft. Gar nicht mal so schlecht gewesen, da, ja, äh, komischer Satz. So, da hinten kommt der Nächste, der kommt angerannt, das heißt, der ist relativ schnell da, also schießen wir den hier mal schön ab. Wir haben über 1000 Punkte, wir machen noch grad das Level hier zu Ende und dann gehen wir in den nächsten Raum. Also öffnen die nächste Tür, meine ich damit. Ich glaub, das hab ich's beim letzten Part genauso gemacht. Hier ist noch einer, so. Und da oben kommen jetzt wieder welche. Und zack, das war's mit ihm. Und zack, das war's mit dir. Was haben wir hier eigentlich? Ein Bärchen, sehr schön. Was soll ich mit diesem Bärchen jetzt anfangen? So, äh, hier kommt kein Schwein mehr, also reparieren wir mal die Barriere. Laden nach. Und danach machen wir uns wieder auf den Weg hier runter. Zack, bäm. Und, wow, jetzt hab ich wieder daneben geschossen, ich vollidiot. Das ist immer ziemlich doof. Mit der Schrotflinte, wenn die Typen 10 cm vor einem stehen, wenn man da noch daneben schießt. Jetzt hab ich irgendeinen Bonus bekommen. Wow. Hoho, und dieser Bonus haut rein, der macht scheinbar mehr Schaden. Wenn ich das richtig gesehen habe. Ja, das hat er gemacht. Und jetzt gehen wir hier hoch durch die nächste Tür. Die war doch hier oben. Ja, da ist sie. Durch die gehen wir jetzt mal. Aha, okay. Hier bin ich jetzt zum ersten Mal, weil ich... Oh, guck mal, da ist das Kino. Weil ich eben, wie gesagt, gerade zum zweiten Mal Kino der Toten spiele. Und da kommen Zombies durch. Die machen wir kalt. Kein großes Problem. Jetzt kommen wahrscheinlich gleich Zombies da die Tür rein. Nee, aber hier kommt noch einer. Das war's mit dem Typ. Wo kommt der denn her? Krabbeln die hier über die Bande? Nee, das kann nicht sein. Bam. Von da kommt auch einer. Ja, gut, den hab ich noch grad so gesehen. So, das war's mit dem. Und das war's mit dem. Boah, der ist ja noch. Noch einer, ja. Da war noch einer. Zack, 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 zack. Alles da hinten hingeschossen. Da waren nämlich jede Menge Zombies. Ich hab ihn hier auch noch getötet. Getötet, so. So, wo bin ich hergekommen? Da. Und da geh ich mir jetzt auch... Coolen, Hammer. Hier muss ich mir jetzt auch noch mein nächstes Wiederbelebungs... Wiederbelebungsdings holen. Das gibt's ja hier unten an dieser... An diesem Getränkautomat. Beziehungsweise, das ist ja auch ein Getränk, dieses Wiederbelebungs-Kauf-Dings. Und das schmeckt... Schmeckt ja wie irgendeine Scheiße, wie die Leute immer sagen. Flamentierter Hering mit Katzenpisse-Dip. Ja. Schmeckt wie flamentierter Hering mit, ähm... Wie hat er gesagt? Katzenpisse-Dip. Ja, sehr schön. Da hat man also auch mal ein... Beispiel, wie das Ganze schmeckt. So, wir öffnen direkt die nächste Tür. Um hier weiterzukommen. So. Was haben wir denn hier? Oh, hier ist eine neue Waffe. Was haben wir denn da? Oh, jetzt kommen die Hunde. Ja, wo sind sie da unten? Ah ja, da ist der... Boah, da ist der Hund. Shit, shit, shit. Jetzt... Hehehe. Habe ich eiskalt zwei Hunde mit einem Schuss getötet. Und da ist so ein Flammen da, die immer so schön explodieren. Boah, da ist noch so einer. Ja. Und... Oh, Mann, ey. Wie schlecht bin ich denn? Aber ich schaffe es wieder bis Level 6. Sehr schön. Erneut bis Level 6 geschafft. So, und hier kommt jetzt noch so ein Hund. Und der... Das gibt's ja gar nicht. Der tötet mich ja fast. Nur weil ich Idiot den nicht treffe. Maximale Munition. Sehr cool. So, wo komme ich? Ist hier... Ist das ein Wieder... Nee, sie müssen zuerst den Strom einschalten. Okay, jetzt habe ich kein Wiederbelebungsdings mehr. Komme ich hier durch? Ah ja. 1250. So viel habe ich ganz knapp nicht. Gut, dann werde ich jetzt versuchen, hier noch ein paar Viecher zu töten. Jo, und dann... Achso, ich könnte auch irgendwo was... Aha, hier ist einer. Komm, komm, komm. So, hat das gereicht? Nee, ganz knapp nicht. So, du. Robb noch was ab. Ja, richtig so. Wo, wo, wo. So, und jetzt... ...die Barriere nochmal reparieren. Und hier den noch abschießen. Das gibt's nicht. Wieso stirbt der nicht? So, jetzt ist er weg. Und jetzt rennen wir ganz schnell hier runter. Öffnen diese Tür. Und damit sind wir hier durch. So, jetzt sind wir im nächsten Raum. Jetzt kommen wahrscheinlich auch nochmal von hinten... ...Ähm, Zombies, die mich dann auch töten. Schnell hier durch. Ah, shit. Ja, das war klar. Das hat jetzt nicht mehr funktioniert. Okay, das war's damit auch mit diesem Part. Ich denke, einmal werde ich Kino der Toten noch machen. Also, bis zum nächsten Mal, wenn wir wieder Kino des Toten... ...Äh, Kino der Toten spielen. Ciao.